Da hörst du dich an wie ein Schimpanse. Hast du die Zähne gesehen? Kollektives Schütteln. Runter, runter. Hier ist sie in der Grube. Hier ist sie in der Grube, saß und schlief. Da ist kein Kaninchen noch. Feinheitsblümchen. Stiefmütterchen Salat soll auch gut schmecken. Und Molli macht die komischen Töne dazu. Von den Grimassen. Guck mal, hast du gesehen? Oh ja, ja. Ob sie Wut hat, was? Ja, und dann hat sie keine Lust mehr. Dann geht ihr dann auch dagegen. Molli ihre kleine Sackwalzen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020